Joma ist ein spanischer Hersteller von Sportartikeln mit Hauptsitz in Portillo. Geschichte Die Firma wurde 1965 von Fructuoso López gegründet, der die Produktion mit zunächst nur acht Mitarbeitern aufnahm. 1980, als sich die Firma das erste Mal auf der Fachmesse ISPO in München präsentierte, arbeiteten bereits über 70 Beschäftigte für das Werk. Ausdruck der ständigen, bis heute anhaltenden Expansion war im Jahr 1990 die Eröffnung einer Niederlassung im hessischen Niederaula. Weitere sechs Filialen finden sich heute in den USA, Panama, Mexiko, Brasilien, Italien und China. Nach der Eröffnung des neuen Headquarters im Jahr 2000 beschäftigte das Unternehmen über 800 Mitarbeiter. Die Firma konzentrierte sich zunächst ganz auf die Produktion von Fußballschuhen. Im Laufe der Jahre wurde die Produktpalette aber kontinuierlich erweitert. Sie umfasst heute Sportartikel aller Art, Accessoires und Freizeitkleidung. Weltweit Marktführer ist Joma für Produkte, die im Hallenfußball eingesetzt werden. 1988 nahm Joma mit Rafael Martin Vescués einen Starspieler von Real Madrid unter Vertrag. Ein Jahr später folgte sein Vereinskollege Emilio Butragüno. 1992 gewann der spanische Mittelstreckenläufer Famine Cacho die Olympische Goldmedaille im 1500 Meter Lauf in Joma Schuhen. Joma ist Ausrüster einer wachsenden Zahl von Sportvereinen und nationalen Verbänden in Europa, Lateinamerika, Asien und Afrika in den Disziplinen Fußball, Futsal, Volleyball, Basketball und Leichtathletik. 2015 ist die Firma sponsort der Fußball-Nationalmannschaften von Bulgarien, Rumänien, Honduras, Kuba, Trinidad und Tobago, Kenia, Usbekistan sowie Nicaragua. Außerdem hat das Unternehmen Sponsoring-Verträge mit Individualsportlern im Tennis und Pedeltennis. Ab Saison 16-17 ist Joma als neuer Ausrüster von Alemannia Aachen vorgesehen und wäre dann auch in Deutschland vertreten.